Ja natürlich, Heidenrich. Ich komm von den Gleisen zu dir hier, von diesem Mega-Gleisbahnhof. Ja, ich geh schon mal einen runter. Ich bring noch ein paar Zombies mit, dann wird's lustiger. Du gerade, Tobi? Ich war grad in der Bar hier. Und das Backsteinhaus. Ach, da kommst du eh. Du hast hier die Seitenstraße erstmal kurz hochgelaufen. Ähm, bist du sicher, dass da unten keiner drin ist? Ja. Ja. Unten stand einer im Eingang, glaub ich. Ein Zombie. Boah, warum soll ich das wissen beim Rennen? Na super, jetzt will ich gerade hier runter und jetzt kommen sie daher gerannt, diese ollen Maden. Bist du hier gerade hinten an der Leiter? Ja, 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 klar. Ich lock den gerade weg. Boah, ich nehm mal Axt draußen, hoffentlich werde ich jetzt nicht erschossen in der... Ach, wenn ich hier... Dann wär ich schon lange erschossen worden, so wie ich da oben rumgetont bin. So, du kannst erstmal runterkommen. Komm mal hinten zu den Containern. War das jetzt nur einer, oder was? Das war jetzt einer, genau. So, hier vorne ist noch ein Zombie. Das waren doch gerade mehr. So viel Terz machst du um so ein bisschen Kleinigkeiten, Kevin, also wirklich. Wer kommt jetzt? Ich bin der Zombie hinter dir, hinter dir. Ja, ja. Polizistation? Ja, ja, ich bin hier auf der Hauptstraße an den Häusern der Seite irgendwo. So. So. Mann, nimm die Waffe verdammt nochmal. Ich renn mal eben rein, bleib du hier stehen. Ich hab 10 9mm Kugeln gefunden. Ja, das war der Zombie. Dann gehen wir noch 2. Das waren die alles klar. 3. Geh mal raus. Okay. Ah, da kommt noch ein Zombie. Oh, die Kiliacke? Die Mettwurst wieder? Nein, ich bin's nicht. Face das, Roberts! Bin das nicht. Ich komm wieder rein. Cool bleiben, cool. Der Mann, der versucht gerade eine Mettwurst zu schneiden mit dem Mikro. Ja. Das klappt nur bei Profis. Lass dir das gesagt sein. So. Mein Gott, mir ist das hier zu laut alles. Wir sind hier in der Feuerwehrwache. So, komm. Bist du gerade, Tobi? Hast du dann einen TTS-KO? Ja, sehr schön. Der gelb-braun, ne? Das kann sein. Ich hab zwei Dosen noch zu essen, wenn du brauchst was. Ich will eine noch nehmen. Ne, ne, ich hab auch schon wieder ein bisschen was gefunden. Geh mal hier bei der Polizei-Station. Oh, ne Brichstange, besser wie gar nix. Gelbe Box, äh. Da ist noch so ein großes Haus. Ich bin jetzt grad daneben der Polizeistation ein bisschen. In dem grünen Haus? In diesem Betonhaus. Ne, ne. Links daneben. Ah, ja. Okay. Die Straßen an der Feuerwehr... Pass mal auf, ich geb dir hier mal ne CR-75 mit Magazin. Ja. Und nehm dir dafür die FNX, die da liegt. Ja, dann schmeiß ich die Mecknummer auch erst auf der Seite. Wieso hab ich denn jetzt zwei FNX? Oh. Ist wieder rumgebackt. Pass auf, die CR-75 haste, ne? Die ist mit Magazin. Ne, die liegt hier noch nicht. Vor mir? Guck mal. Oder wo ich gehockt hab, da. Ja, jetzt... Jetzt seh ich da. Hast du irgendwas offen, oder? Wunderbar. Ich hab zwei Dosen dahin gestellt. Nimm die, du Made. Leider noch nix zum öffnen. Oh, mir gefällt das hier nicht. So, jetzt hab ich sie. Wer macht denn hier diese komischen Geräusche? Muss ich nicht. Ja, komm, dann nehm ich die Mecknummer auch noch mit. Äh, oben ist nix mehr. Ja, gut. Ich bleib mal hier auf der Treppe stehen. Ich trinke was. Oh, scheiße. Verdammt, ey, das kann nicht wahr sein. Hast du Beine gebrochen? Ja. Nee, ne? Warte mal. Einer von euch hatte doch gerade Stöcker gefunden. Oh, Glück gehabt. Ich hab nur Painful. Ich hab, äh... Boah, leck mich, du... Behindertes Spiel, ey. Wer ist? Ich Painfiller. Doch, schneider bösen Worte. Boah, ich hab nur die Waffe weggepackt und bin die ganze Treppe runtergefallen, ey. Ja, brauchen wir mal weiter, Robert. Ja, wie gesagt, lass mal hier weiter durchsuchen alles. Klar, alles was in meiner Hose ist, ist ruiniert. Ey. Ihr könnt mich mal... Jetzt mal im Grund. Ja, ja, da war ich grad eben schon. Hier unten in der Halle warst du auch drin? Nee, in der Halle war ich noch nicht. Was auch? Das nehm ich auch oft, ne Feuerwerks. Ne Brechstange. Daisy. Und ne Banane. Ah, so ist ganz gut. Wie sieht's bei dir mit Essen und Trinken aus? Ja, machen wir gleich mal ne Polgeranauer. Du bist ein großer Rucksack, Tobi. Bitte? Großer Rucksack. Komm her. Weißt du, welche Munition du brauchst? Brauchst du die 9mm, ja, ne? Weiß ich nicht. Lass dir die mit was schmecken. Danke. Pass auf, ich leg mal hier die 40 Schuss von den 9mm auf dem Boden. Ja. Sehr geil. Da oben liegt noch was. Du. Okay, dann lass uns mal so ein bisschen weiter hier, so am Wasser noch die Häuser durch. Hast du die schon hier? Ne, in der war ich schon, in der Holzhütte da, ja. Ja, sehr cool. In der dahinter noch nicht. Ja, wollen wir mal weiter looten? Du hast oben schon alles durch, ne? Oben ist nix mehr. So, du hast jetzt ne FNX, ne? Mit allem Zip und Zap. Ja, hier deine CR75. Äh, CR75, genau. Eine FNX schlepp ich noch mit mir rum. Naja, ich hab auch noch ne Magnum. Hast du für die Magnum noch? Ja, ne Snaploader hab ich, hm? Hast du auch normale? Ja. Ich leg mal vor mich. Ja, ich bin hier auf der rechten Straßenseite in irgendeiner Hütte. Hier liegt noch ein Motorradhelm. Hier liegt beides bei mir. Brauchst du nicht? In der nächsten Hütte ist aber auch nix mehr drin. Lade. Hast du schon ne Waffe? Ja, sicher. Wie sieht's? Essen und Trinken aus? Ja, lass das mal an nem ruhigeren Ort machen. Ne, hab ich da nicht. Okay. Wo wollen wir hin? Wo sind die denn jetzt? Äh, ja lass erstmal Elektro looten, ne? Ja, wir kommen jetzt an Elektro. Jo. Ja, dann müssen wir, bevor die hier sind, noch gelootet haben. Ja, dann los. Dammte Scheiße, ey, dass ich jetzt meine Hose kaputt hab. Das ist dann... Ach, nur... Hier, hinter dem Ding. Hier, hinter dem Ding. Mach ich jetzt verpeilt? Hier noch einen weiter. Wir gehen schon in den Kran. Bitte? Wir gehen schon in den Kran, hab ich gesagt. Zombies? Ja. Brauchst du nen Brunnen? Äh, wär's nicht verkehrt. Hier hinter dem Haus? Wo ich jetzt hingelaufen bin? Ja. Ich hab ne grüne Farbdose. Brauchst du was in grün? Ja. Ja. Oh, weiß nicht. Kann's mir mal geben. Also ich hab... Weiß nicht. So nice. Beheize auf jeden Fall. Geradeaus. Beide. Mikrofon! Hm? Mikrofon! Dann nimm's doch ab, wenn er isst. Ich geh mal hier in das Haus. Oh, da stellst du ein bisschen weniger... Sensitiv rein, ne? Hab ich schon. Ich bin hinter dir. Ja. Ich glaub ich hab noch ein Zombie gehört. Ich mach mal Tür zu. Ja, der kommt rein. Pass auf. Geh weg. Ja, ich kann grad nicht weg. Oh, ich versuch mein Glück. Aber ich versuch mein Glück. Na... Ein Elefant. Ja. Versuche abzuhornen. Robert, warst du schon mal bei dem... äh... Leuchtturm da links? Wollen wir da mal hin? Gut, hat er erledigt. Warum? Und warum nicht? Na egal, komm, dann lass mal den Elektro rein. Loot, loot, loot. Oh, hier sind Stücke? Ja, dann nimm die auf jeden Fall mit. Ja, ich kann... Ja, ich hab alles voll. Bin grad beim Leuchtturm. War der Elektro bei dem Leuchtturm? Ja, voll. Muss er ja sein. Nein. Der ist aber auf einer Insel ein Stück weg entfernt, ne? Im Wasser. Ach so, nee. Der ist hier, ähm... Wie sieht's aus mit Essen und Trinken? Ich hab jetzt hier Dosen. Ja, äh... Zu trinken hab ich genug. Äh... Nur essen könnte ich was vertragen. So, ich leg dir mal hier zwei Dosen hin. Boah, Leute, ich sag euch, es gibt nix besseres zwischen die Tastatur zu stecken, als ein Wattestäbchen. Ein Gitarrenflex, Mann. Drei Gitarrenflex. Ich hab so'n Zahnstocher. Ein Wattestäbchen. Kevin, hier liegen zwei Dosen direkt am Treppensins. Ja, ich komm runter. Ich war's. Ich hab rote Kette. Also durchbrochen. Ja. Aber habt ihr alle, ja? Ja. Ich hab nix. Ach so, ja, cool. Vergesse ich immer, dass hier kommt. Hier oben liegt noch ne Dose Thunfisch, aber ich hab keinen Platz mehr. Und nen Kochtopf. Ja, komm mal erst mal runter. Den Kochtopf, den will ich mitnehmen. Ich will unbedingt mal ausprobieren, wie das jetzt klappt mit dem Kochen da. Das soll ja irgendwie gehen, angeblich. Ich habe versucht, in den Kochtopf was reinzupacken, das funktioniert nicht. Okay. Reis hab ich auch noch. Ja, wenn's mehrere Spieler sind. Hast du den, ja, ne? Geh mal hier in die Halle rein. Ne Forke und essen und trinken. Ja, 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 ja! Forke, 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 Forke! Ich komm sofort. Ich mach eben den Zombie-Hill kaputt. Mit nem Bazy! So, jetzt geht's mir schon mal besser. Oh, ich bin stuffed. Ähm. Wollst du mich mal eben daherlassen, da unten ist noch ein Raum? Ja, Moment, Moment, Moment. In welcher Halle bist du? Hier direkt hier neben dir. Hat jetzt geklappt oder hat nicht geklappt? Ja doch. Ich bin gerade nur noch mal ein Stück zurückgegangen. Ich geh noch mal hoch. Oh, Pepsi, falls du die brauchst. Die Sklappe hoch. Hier, hier, hier. Ah, da hinten. Wo war denn die Dose noch mit dem Thunfisch? Ganz oben. Ja, hab sie, alles klar. Geh mal kurz hoch. Robert, du brauchst noch Sporter-Munition. Oh, ne andere Waffe als ne Sporter. Ich hab noch 9mm und ähm... 45mm-Mumpel. Und hier liegt ne Mosin. Ist echt? Ja. Sauber. Dann gib mir mal deine Sporter, bitte. Ja, die liegt hier oben. Ja, warte, ich bring sie mit. Ja, aber ich bin schon oben auch. So, ja warte. Rausglitschen jetzt hier. Lass mal langsam runter. Und die Sprühdose kannst du mir dann mal geben. Gehst du sofort, warte? Wo steckt ihr denn jetzt in Elektro? Äh, kleinen, paar Meter vor Elektro. Noch in so nem Vorörttchen mit Metallhallen, wo wir grad am Looten sind. Gehen wir hier raus? Vorne raus oder hinten? Ähm, wir sind... Das ist jetzt, wo wir nicht reingekommen sind. Da ist ja nie mehr viel drin. Das ist vorne hier, wo ich drüge. Ja, genau. Lass mal raus. Komm. Da hinten noch. Essen. Jetzt ist doch so ein Waffenhaus hier drin. Ich muss mal was trinken. Moment. Ne, aber das kann man looten. Ich geh in das Grüne daneben. Yep. Zombie hier draußen. Hier vorne. Oh, ich, äh, brauche Mosemoney. Ganz offiziell. Ja, da kann ich leider noch nicht mit aushelfen. My Leg is Pain hab ich doch. Gehst du gerade? Ja, ja. Painkillers. Ja. Grünes Haus daneben. Da. Jawoll, ne Forke. Das ist schonmal sehr gut. So, wo treibt ihr beiden Banditen euch rum? Ja, in Elektro, da am Looten. Komm in dein Haus. Also... Gehen wir in das daneben? Ne, das Gegenüber, da... Gießt nicht sofort auf uns. Gießt nicht sofort auf uns. Sagt erst mal, wie wir aussehen. Wie seht ihr aus? Wär mal gleich. Grüne Jacke, grüner Helm, orangener Rucksack. Gut vergessen. Rote Jacke, grüner Helm, grüne Jeans, grüner Rucksack. Ich hab ein 30er Magazin verloren, ey. Ich hab nur ein Magazin. Hier links. Hier rechts. Das heißt, ich kann nicht nachladen, ey. Vomik. Ohne. Ohne. Wie kommst du dir? Wärst du mir? ich weiß nicht ich hab ihn gehört auf jeden fall bei mir ist ein zombie auf jeden fall ich glaube der ist bei mir hier unten aber ich bin oben von daher und stein möchte wir einen stein haben in dem nächsten haus an der holzhütte auf der linken seite aber das ist schon drinnen naja jetzt habe ich mir nicht vor umgestellt doch grüne große haus angeblich in das rote hier wer sucht noch ein stein dann hast du zwei juhu